Willkommen in meinem Atelier. Hier trage ich alle meine Inspirationen und meine Materialien zusammen und hier mache ich meinen Schmuck. Ich habe überhaupt eine Vorliebe mit Insekten zu arbeiten, obwohl ich das Krabbelzeug in echt überhaupt nicht mag, vielleicht deswegen. Vor 20 Jahren habe ich schon mal eine Kollektion gemacht, die ich sehr, sehr schön fand und sie haben sich irgendwie nie losgelassen und verfolgen mich und ich habe jetzt diese Saison wieder eine gemacht, eine ganz ausgebaute Kollektion mit Clubbing-Bikes und Clubbing, weil sie sind diesmal sehr frech, ein bisschen böse, so wie wild gewordene Teenager, die Lust auf Tanzen haben. Hier geht es um die Herstellung dieses Blütenkelchs, das ist ein Element aus der ganzen Kette und das ist sehr aufwendig, weil diese ganzen Blütenblätter, die werden aus einzelnen Drähten zusammengebogen und verlötet, genauso das Innenteil. Das sind einzelne, lange, kleine Drahtstücke. Danach wird das Blütenblatt an sich weiter gebogen und später in der Kette eigentlich wird die Endanpassung gemacht. Ja, ich glaube, dass es eine sehr spritzige und sehr quirlige Kollektion geworden ist. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.